Es ist sicher ein besonderes Geschenk, welches die Natur den Menschen anvertraute. Mit einer Vielzahl von Pflanzen und deren Wirkstoffen konnten und können auch heute noch ein Großteil von Krankheiten vorbeugend und nachhaltig auf natürliche Weise geheilt werden. Wir sollten dieses Geschenk mit Bedacht und Ehrfurcht einsetzen und uns immer bewusst sein, wie wertvoll natürliches Leben für den Menschen ist. Hallo, ich begrüße Sie wieder recht herzlich bei unserer Serie der Natur auf der Spur. Heute erzähle ich Ihnen einen kleinen Beitrag über das Scharboxkraut. Im Volksmund auch Butterblume, Gichtblatt, Feigenkraut oder Frühlingssalat genannt. Das Scharboxkraut gehört zur Familie der Hahnenfußgewächse oder im lateinischen Ranunculaceae. Man findet die Pflanze in feuchten Laubwäldern, an den Ufern von Wasserställen oder Bächen und auf feuchten Wiesen. Ich schätze mich glücklich, es in meinem Garten zu haben. Mit den nierenförmigen Blättern des Scharboxkrautes heilte man früher die gefürchtete Krankheit Skorbutt. Der Skorbutt ist die schwerste Form eines Vitamin C-Mangels. Er entsteht, wenn dem Körper über einige Monate kaum oder gar kein Vitamin C zugeführt wird. Den meisten Menschen in der heutigen Industriegesellschaft stehen genügend Vitamin C-haltige Nahrungsmittel zur Verfügung, sodass der Skorbutt als Krankheit praktisch nicht mehr vorkommt. Wichtig ist frisches Obst und Gemüse zu essen, da das Vitamin C bei längerer Lagerung oder beim Kochen verloren geht. Gesammelt werden die Blätter vor der Blüte, denn wenn die leuchtend gelben Blüten erscheinen, werden die Blätter leicht giftig und sollten nicht mehr gepflückt werden. Die Blütenknospen kann man einlegen und wie Kappern verwenden. Im Frühjahr sind die Blätter die erste Vitaminquelle. Sie gehören zur idealen Frühjahrskur. Nicht als Tee, sondern als Salat oder frisch gehackten Suppen. Aber bitte in kleinen Mengen verwenden. Das Scharboxkraut wurde früher auch als Mittel gegen Feigwarzen genutzt. Dazu machte man einen Umschlag aus der zerstoßenen Wurzel. Der scharfe Saft ätzte die Warzen weg. Aus den getrockneten Scharboxkrautblättern kann man einen Tee kochen, der innerlich eingenommen gegen Hautunreinheiten und zur Blutreinigung hilft. Dazu brauchen Sie 3 Teelöffel frische oder 2 Teelöffel getrocknete Blätter und übergießen das Ganze mit einem Viertelliter Wasser, lassen es einmal aufkochen und seien den Tee ab. Empfehlenswert ist es, diesen Tee schluckweise über den Tag verteilt zu trinken. Bei getrockneten Blättern sind die giftigen Wirkstoffe abgebaut. Einen guten Brotaufstrich möchte ich Ihnen auch nicht vorenthalten. Dazu brauchen Sie eine gute Handvoll frisches Scharboxkraut, 2-3 Teelöffel Leinöl, 250 Gramm Topfen, etwas frischen Zitronensaft und Salz. Sie hacken das Scharboxkraut fein und verrühren es mit den übrigen Zutaten. Das war es dann wieder einmal für heute. Ich freue mich schon sehr auf das nächste Mal Sie bei unserer Serie wieder begrüßen zu dürfen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020